Diese Einmischung werdet ihr teuer zahlen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Äh. Ups. Es kann sein, dass das kein guter Plan war, was ich gerade mache. Aber die sind nett und kommen zurück. Ich nehme dir dafür auch die Viecher ab. Es hat ja geleuchtet. Ihr wisst doch, alles was leuchtet, könnte eine Quest sein. Alles was eine Quest ist, müssen wir mitmachen. Aha, ich war also nicht die Einzige, die das braucht. Hm. Wo hüpft der jetzt hin? Der guckt sich jetzt die Weltgeschichte an, oder was? Oder das war das Einzige, was ihm noch gefehlt hat. Und jetzt geht er. Ja, so Leute, gibt es. Ach nee, der ist einfach schon weiter hier ran und guckt sich da die Gegend an. Ja, okay. Himmel, gut, dass der sich nicht selbst überschätzt. Vor allem nicht, was Aggrohalten angeht. Oh, Junge, dann bleib doch mal in meinem AE stehen. Achso, oh, ja. Was du nicht sagst. Das wäre mir nicht aufgefallen, dass es vielleicht ein paar viele waren. Kein Kommentar. Über mir. Und wie komme ich da hin? Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Okay. Gegend kommt mir aber... Ah! Ah, da ist die Brücke. Ich weiß, wo ich bin. Nice. Der war toll, der Tank. Den mochte ich. Mit beiden Beinen auf dem Fußboden. Nicht selbst überschätzend. Nee. Das war genau richtig. Fast schon ein bisschen. Ach. Oh, die kämpfen da hinten. Oh, die kämpfen da hinten. Komm mal. Putt gehen wir aus dem Weg. Die sind über mir. Ich versuche, zu euch zu kommen. Hallo, du. Wollen wir es versuchen? Oh. Wollen wir es versuchen? Okay. Kann ich retten? Oder sowas? Äh. Ich weiß es nicht. Ähm. B? Nein. Ähm. Fähigkeiten P. Nein. Äh. Fähigkeiten P. Okay. Seelenabberufung. Ich weiß es nicht. Nee. Da ist ein Grabstein. Oh. Was machen die denn da? Was machen die denn da? Ich bin ja dafür, dass wir mal uns irgendwo sammeln. Und dann möglichst so zusammen kämpfen. Search. New tank. Ja, dann search mal. Wie, wie mache ich das? Ja. War das jetzt falsch? Hoff nicht. Wieso, wieso habe ich denn die Krone? Hm. Super. Ja. Oh, es gibt aber viele Instanzen. Ist ja toll gemacht. Gruppe wartet momentan auf einen Satz. Ja, okay. Da kann ich noch nicht rein. Aber es gibt nicht viele... Also es war schon gut, dass ich relativ selten in Instanzen... Ach. Entschuldigung. ...gegangen bin. Na komm. So einen einzelnen können wir ja schon mal kaputt machen. Steht da ja nur rum. Einzel-Mobs kriege ich auch alleine down, deswegen ist das jetzt nicht so das Problem. Siehste. Dadurch, dass dir mir eine noch geholfen hat. Achso, der eine, der sucht noch den Eingang. Können ja hier die Patrouille wieder mitnehmen. Ich bin zwar kein Tank, aber... Wie gesagt, diese Einzeldinger sind jetzt nicht so der Hit. Na, dann schauen wir mal an. Hallo, mein Freund. Ich geh die Ticke. Gut. Was ist bescheid? Quer dafür, dass wir den Hügel da zerstören. Okay, dann nicht. Wo ist Ike, der Ticke? Ach nee, der ist schon vorgelaufen. Sind die Spinnen noch da? Ja, und wir kämpfen anscheinend auch mit ihnen. Hoffentlich wird das jetzt besser. Weil, ich weiß nicht, den anderen Ticke entfand ich anstrengend. Steinherz. Wartet auf. Okay, mein Viech ist wieder da. Fordern. Plündern. Äh. Was, schon wieder volle Energie? Achso, wahrscheinlich mit Level Up. Junge, wir haben uns vorhin schon überschätzt. Wir brauchen das nicht nochmal. Die da greifen uns übrigens auch an, falls noch niemandem aufgefallen ist. Und die greifen wie immer unseren Heiler an. Was mache ich denn mit dem Steinherz? Das weiß ich noch nicht. Aber da ist noch... Noch so eine Spinne. So ein Hügel. Ich hätte noch gern so ein Hügel. Also... So ein Hügel. Und das ist die Hügel. So ein Hügel. Also... Also... Hm. Ich frage mich gerade, ob ich die Leute frage. Ja, haltet Nidalherz. Oh, hab ich sogar schon jetzt. Was ist denn da? Achso, das ist hier. Ja, okay, ich dachte. Ich hoffe nur, dass wir daher auch die Hügel machen können. Oder schon gemacht haben oder so. Oder noch machen werden. Wo ist denn jetzt Byron hin? Was macht er dort? Oh, ist ja da. Oh Junge, du Stress. Oder Weib. Oder was auch immer du darstellen willst. Eine Gräfin mit einer Flinte in der Hand. Ganz toll. Ich liebe es nicht nur meine yeux vision Và oder von der Benske accuracy. Und durch dich. Alter. α Scherz like. 整座 atom.